So, in diesem Video möchten wir euch einige Übungen zeigen, einige Möglichkeiten zur Mobilisation der Hüfte, des Hüftgelenks. Wir fangen mal an mit einigen unspezifischen Übungen, das heißt einfach generelle Lockerungsübungen, Mobilisationen für die Hüfte, die jeden Tag im Optimalfall gemacht werden sollten. Die ersten drei, die wir jetzt gleich vorzeigen, kann man vielleicht tatsächlich morgens im Bettschirm machen, um einfach die Gelenkschmiere, die Produktion ein bisschen anzuregen, das Hüftgelenk schon mal etwas zu mobilisieren, um besser in den Tag, besser aus dem Bett zu kommen. Gerne einmal auf den Rücken legen und hier findet sich jetzt wieder die Beckenkippung wieder, die wir auch schon in einigen Videos zur Lendenwirbelsäule gesehen haben. Einmal die Beine wieder anstellen dieser und die Knie, die Füße hüftbreit auseinander und jetzt das Becken vor- und zurückkippen. Das Schöne an diesen Übungen ist, dass man teilweise zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt, das heißt man hat sowohl die Lendenwirbelsäule als auch die Hüftgelenke mit abgedeckt. Genau, schön das Becken vor und zurück, das heißt die Vorstellung, hier einen Tunnel machen und diesen Tunnel wieder schließen. Also einmal Hohlkreuz und einmal dem Hohlkreuz entgegenwirken. Das Ganze macht man dann 15, 20 Mal, ein, zwei Minuten, einfach so ein bisschen nach Gefühl und dann gehen wir direkt über in die nächste Übung und zwar ist es einmal mit ausgestreckten Beinen. Fußspitzen einmal hochziehen und das gestreckte Bein aus der Hüfte heraus nach unten rausschieben. Ein, zwei Zentimeter. Lockere, fließende, kleine Bewegung. Je besser die Unterlage rutscht, desto besser. Also ein Bettlaken beispielsweise wäre optimal morgens im Bett. Wenn man das jetzt hier mit Schuhen machen würde, wäre das wiederum nicht gut, weil man dann einfach mit der Sohle hängen bleibt bzw. Widerstand hat. Also es geht darum, locker, mobilisierend, ohne Widerstand, ohne Kraftanstrengung ungefähr ein, zwei Minuten auch diese Übung zu machen. Die Übung Nummer drei wäre auch in Rückenlage mit ausgestreckten Beinen, vielleicht ein kleines bisschen auseinander und jetzt Winkelbewegung mit den Füßen. Das heißt, die Hüften nach innen und nach außen rotieren. Genau, nach außen, auseinander drehen die Füße und nach innen zusammen. Und das Ganze versuchen wir jetzt auch mal so ganz locker, fließend, relativ zügig nach innen und außen. Auch hier wieder ohne große Anstrengung, einfach lockere, fließende Bewegung. Sehr schön. Und allein diese drei Übungen, wenn man die morgens im Bett macht, ist das schon mal für die Hüfte, für die Hüftgelenke viel wert. Gut, dann bitte einmal hochkommen in den Stand. Dann machen wir jetzt noch eine weitere unspezifische Mobilisationsübung und zwar stellst du dich einfach mal so hüftbreit ungefähr hin und kippst jetzt mal dein Becken erstmal vor und zurück. Also einfach nur Beckenkippung, die wir gerade in Rückenlage gemacht haben, nochmal im Stand. Und jetzt versuchst du das mal zu kombinieren mit Drehbewegungen. Das heißt, du kippst das Becken nach hinten und nach vorne und gehst dabei nach rechts und links. Also dadurch werden jetzt die Hüftgelenke wirklich in alle Richtungen mobilisiert, bewegt, letztendlich aber unter funktioneller Belastung im Stand. Dann natürlich auch zwischendurch mal die Richtung wechseln. Man kann natürlich variieren. Man kann erstmal ganz kleine Bewegungen machen, also dass man wirklich nur so kleine, minimale Bewegungen macht. Man kann aber auch versuchen, relativ große Bewegungen zu machen und richtig das Hüftgelenk zu beugen, zu strecken. Da muss man dann natürlich mit dem Oberkörper ein bisschen mit ausweichen bzw. ein Gegengewicht schaffen. Genau, das wäre eine schöne Möglichkeit, einfach im Stand die Hüfte, wie gesagt, global und spezifisch zu mobilisieren. Zwei Bewegungsrichtungen, die häufig eingeschränkt sind, gerade auch bei Hüftarthrose. Das sind einmal die Streckung, also die Streckung im Hüftgelenk. Das ist die Bewegung praktisch nach hinten und einmal die Innenrotation. Und dafür zeige ich jetzt auch nochmal zwei Möglichkeiten, wie man das schön mobilisieren kann. Erste wäre im Halbkniestand, das heißt einmal in den Halbkniestand gehen. Mach ruhig mit, Lisa. Genau, super. Und jetzt geht es darum, das Becken nach vorne zu verlagern und nach hinten. Und da haben wir jetzt letztendlich auf der linken Seite eine Beugung, auf der rechten eine Streckung im Hüftgelenk. Was man jetzt häufig sehen wird bei Leuten, die gerade die Hüftarthrose haben, wo die Streckung schon eingeschränkt ist, ist, dass die mit dem Oberkörper praktisch mit nach vorne gehen, weil sie der Bewegung hier ein bisschen aus dem Weg gehen wollen. Oder dass sie das Becken kippen. Das heißt, versuchen das Becken wirklich schön aufrecht zu halten und den Oberkörper oberhalb des Beckens, Brustbein etwas angehoben und das Becken wird nach vorne verlagert. Genau, und richtig schön vom Becken her ein bisschen in dieser Position, also Schambein und Bauchnabe einander annähern und jetzt nach vorne verlagern. Oberkörper gerade. Ein bisschen noch den Oberkörper nach hinten verlagern, also ganz gerade bleiben. Ja, und jetzt spürst du wahrscheinlich auch noch eine intensivere Dehnung. Perfekt. Das macht man dann natürlich rechts und links jeweils zehnmal ungefähr. Wunderbar. Gut, dann einmal eine Möglichkeit für die Innenrotation, beziehungsweise zwei Möglichkeiten. Das mache ich jetzt einmal vor, weil dieser Hocker ein bisschen zu hoch wäre für Lisa. Also da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, beispielsweise ein Drehstuhl. Und hier kann ich jetzt einfach meine Unterschenkel, beziehungsweise Füße nach außen drehen. Das macht in der Hüfte eine Innenrotation. Wichtig dabei ist jetzt, deswegen habe ich das jetzt auch, mach du mal ganz kurz bitte Lisa. Weil Lisa wäre dieser Hocker jetzt tatsächlich zu hoch. Das heißt, die Hüfte ist jetzt gebeugt und das ist jetzt keine optimale Ausgangsposition. Das heißt, hier bräuchten wir jetzt irgendeine Möglichkeit, also ein Drehstuhl ist jetzt unrealistisch, aber eine Möglichkeit ungefähr mit dieser Höhe. Man kann auch einen kleinen Hocker oder sowas nehmen und ein Handtuch drauflegen, einfach, dass man da schön rutschen kann. Genau. Und hier sieht man jetzt auch, wenn wir ans Ende kommen, dass dann das Becken dazu neigt, auszuweichen, also dass Lisa sich hier so ein bisschen wegdreht. Da schön darauf achten, dass man, auch wenn es ans Bewegungsende geht, halt nicht das hier macht, also nicht ausweicht, sondern wirklich ganz gerade bleibt und nur in der Hüfte die Bewegung macht. Alternative. Ich stelle meinen Fuß auf einen Hocker, auf einen Stuhl und mache jetzt diese Bewegung. Das ist jetzt eine Kombination aus Adduktion und Innenrotation und auch hier kann ich jetzt schön mobilisieren. Es kann natürlich sein, dass es weh tut, dass es am Bewegungsende unangenehm ist. Das darf ruhig so sein. Es sollte allerdings nicht sein, dass es schlimmer wird. Das heißt, der Schmerz darf nicht zunehmen oder schlimmer werden. So, dann zeigen wir noch eine Übung. Sogenannte Pendeln. Und zwar kannst du dich gerne einmal hier raufstellen. Man kann, um das Ganze zu intensivieren, kann man letztendlich auch eine Gewichtsmanschette benutzen, dass man einfach hier so ein kleines Gewicht am Fuß hat, einfach um die Hüfte noch mehr zu entlasten. Aber auch allein durch das Eigengewicht des Beines wird ja das Hüftgelenk schon entlastet, wenn das Bein schön hängt. Einmal mir die Hände geben. Und jetzt ganz locker, also jetzt brauchst du gar nicht so super große Bewegungen machen, sondern einfach locker baumeln lassen. Also einfach pennen lassen. Ohne große Kraftanstrengung. Sehr schön. Wunderbar. Dann kommt der hier einmal wieder weg. So, die Muskeln, die bei Hüftgelenksarthrose häufig verkürzt sind, das sind die Adduktoren und die Hüftbeuger. Die Hüftbeuger haben wir letztendlich gerade bei dieser Bewegung hier schon mitgedehnt, wenn man so will. Man kann aber natürlich auch bei der Bewegung, also beziehungsweise nach der Mobilisation, wir hatten ja gesagt, ungefähr zehnmal vor und zurück. Man kann am Bewegungsende, beziehungsweise am Ende der Übung gerne auch nochmal in der Dehnung drinbleiben, dass man wirklich einfach ganz bewusst das Becken nochmal ein bisschen kippt, nach vorne geht, bis man hier ein schönes Ziehen spürt. Und dann 20, 30 Sekunden wirklich nochmal in dieser Dehnung drinbleiben. Für die Adduktoren gibt es verschiedene Möglichkeiten. Einmal ganz kurz auf dem Rücken nochmal bitte. Um die Adduktoren zu dehnen, die Füße einmal zusammenstellen und die Knie langsam auseinanderfallen lassen. Genau, Fersen aneinander. Und jetzt kannst du die Hände nochmal auf die Oberschenkel legen und so ein kleines bisschen nach unten drücken. Und dann macht sich hier ein Dehnungsgefühl an der Oberschenkeinnenseite bemerkbar. Auch in dieser Position ganz entspannt. 30 Sekunden oder länger drinbleiben, schön weiter atmen und versuchen ganz bewusst auch auf die gedehnten Muskeln zu konzentrieren und dort eine Entspannung herbeizuführen. Sehr schön. Dann eine Alternative im Stand. Und zwar wäre das sozusagen in einem Ausfallschritt. Das heißt, wir stellen das eine Bein nach außen und verlagern uns jetzt tendenziell auf unser linkes Bein, so dass wir hier eine Dehnung spüren. Einmal darauf achten, dass der Rücken schön gerade bleibt. Perfekt, sieht gut aus. Und je nachdem, wie ich jetzt meinen Fuß einstelle, ob ich den weiter nach innen oder nach außen rotiere, kann ich hier Einfluss auf die verschiedenen Anteile auch nehmen. Das heißt, da kann man dann gerne so ein bisschen experimentieren, ein bisschen versuchen zu gucken, welcher Bereich besonders Dehnung bedarf und kann dann in dem Bereich bleiben und arbeiten. Sehr schön. Dann zeige ich noch eine Übung, die habe ich jetzt gerade vor kurzem selber erst kennengelernt bei den Kollegen von Strong & Flex bei YouTube. Fand ich recht interessant und recht gut. Bitte einmal in den Vierfüßlerstand. Perfekt. Und zwar werden die Füße an der Wand positioniert. Und diese hat jetzt natürlich eine recht gute Beweglichkeit. Bei jemandem mit Hüftbeschwerden sieht das wahrscheinlich etwas anders aus. Aber tendenziell sollte man hier versuchen, die Hüfte möglichst weit zu öffnen. Stützt sich hier vorne ab und jetzt wird einmal vor und zurück verlagert. Das heißt, das Becken wird nach vorn und hinten geschoben. Und insbesondere, wenn es jetzt nach hinten geht, gehe nochmal weiter nach hinten, weiter nach hinten. Dann spürt man früher oder später, dass es eng wird. Und langsam wieder nach vorne. Und das macht man jetzt ein, zwei Minuten. Schritt zwei wäre jetzt Beckenkippung. Geh mal in so eine mittlere Position. Und jetzt kippst du das Becken mal schön vor und zurück. Die haben wir auch mehrfach schon kennengelernt, die Beckenkippung. Richtig schön rund machen den Rücken und wieder nach vorne. Auch hier haben wir jetzt eine schöne Mobilisation der Hüftgelenke in dieser Abduktionsstellung. Was man zwischendurch jetzt einmal machen kann, einmal ganz kurze Pause, ich verkürze es jetzt mal ein bisschen, dass du einmal die Adduktoren, also die Innenseite der Oberschenkel aktivierst, indem du einmal dir vorstellst, du willst die Knie zueinander drücken. Das heißt, richtig isometrisch jetzt mal so 10, 20 Sekunden kräftig zusammendrücken, die Adduktoren. Also Vorstellung, Knie zueinander führen, praktisch hier in den Boden reindrücken. Die Innenseite wird aktiviert und dann einmal wieder lösen die Spannung und jetzt nochmal weitermachen mit den Übungen. Vor, zurück. Perfekt. Hintergrund ist, wenn wir diese verkürzten Muskeln einmal arbeiten lassen, also einmal kräftig anspannen lassen, nach der Anspannung kann sich dieser Muskel noch besser entspannen und dementsprechend haben wir jetzt die Möglichkeit, sozusagen im zweiten Durchgang da noch ein bisschen weiter reinzukommen, die Beweglichkeit noch effektiver zu verbessern. So, das waren die Übungen zur Mobilisation des Hüftgelenkes. Ergänzend könnte man auch sagen, dass man auch hier mit der Faszienrolle schön ergänzend arbeiten kann. Da habe ich ein separates Video, habe ich auch unten mit eingeblendet, Text in den Kommentaren. Ja, da wären insbesondere die Übungen für die Adduktoren und auch hier für den Traktus, aber letztendlich auch für alles drumherum, also die Oberschenkelvorderseite, Rückseite, Gesäßbereich. Also das ist alles unterstützend sinnvoll, wenn man dort auch die Faszien noch mit der Faszienrolle bearbeitet. Ich wünsche euch viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.